Wir haben heute, wenn sich nicht noch was verändert, sogar wechseln, weil es sich folgen hier. Und als erstes möchte ich natürlich unser Richterkollegium vorstellen, als erstes den Herrn Horst von Langermann. Er ist Geschäftsführer des Herbstungsverbandes, ich bin zuerst mit dem Brandenburg-Anhalt. Horst Zwingmann, dass Sie alle sehen. Herzlich willkommen, Ihnen einen Abend. Ich möchte noch ganz herzlich den vielen fleißigen Helfern danken, die den Betten doch diesen Platz wieder anspruchsfrei hergerichtet haben, so dass wir die besten Bedienungen für die Touristen und die Ansteller mitbekommen. Wir beginnen aber natürlich mit der ersten Studie, Finn Jana, F. Heiß sie, eine Tochter des Händes, zu spouten und nach dem Wasser, durch hier ist es hier unglaublich. Ich bin am zweiten Mal geboren, ein Völkern, 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 Völkern. Ein guter und leckerer Meisters, welches in der Völkern, das im Fundament auch so in der Völkern hineinbringt, wie die Mutter in der Völkern, das ist eine ewige Zeit. Ich bin an 8, ich freue mich an die 7,5, für wenige Nacht. Die Völkern, 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 Völ Musik Für fort eine Vollbürgstupe Auenland. Sie steht auch zur Eintragung. Rotterdicks Junior, Vater des Fuhls. Züchter und Besitzer Torsten Seiner von Knobelsdorf aus Altlandsberg. Am 26.04. ist diese Quartus-Aura geboren. Musik 7,5 für den Typ, eine 7,5 fürs Gebäude und eine 7 für die Bewegung. Dankeschön. Die Sieger Schärpe und den Ehrenpreis wird übergeben an Frank Fiedler. Das ist Lollewy. Hürden DÖKB. Das hat den Wiener Flogen gelegt. Auf geht's. Und die Eintragung schließen. Zurück kommt es eine Nummer kleiner. Die Hengstuhr. Die Hengstuhr. Rrrr! Heu exiliteres Verlust. Zertig. Blumenbien kommt damit anigerseits. Tessica Wieland, Zestorin und Ausstrahl. Rrrrrr! Der Stuttgart vor Vierter, ein schönes Gesicht mit Prägung, auch hier mit schönen Linien ausgestattet, ein Vorbild, das auch nicht korrekt im Fundament sich zeichnet und in der Bewegung am heutigen Tage ein bisschen größer angelegt war, als es die Mutter vorgelegt hat. Wir verwegen für den Typ ein 8,5, Gebäude ein 8, Bewegung ein 8, sind ein Prägung für Glückwunsch. Zum 2., ein Hengst und in diesem Fall, geboren am 12. Mai, Mauder, Wemmler ist der Vater, Frank Siegler aus Neulewien. Der Vorhand ist gut entwickelt, schöne Muskulatur mitbringen, rahmig, wixig, auch die Muskulatur in der Vorhand und vor der Füße auch gut ausgeprägt empfohlen, dass vielleicht die Kleinigkeit noch charmanter in der Aufmachung noch sein könnte, in der Bewegung, aber wiederum sich sehr gut in die Zähne setzen kann. Hier ergiebig Antritt mit großem Rhein, das unterwegs ist bei gelassenem Interieur, 7,5 für den Typ, 7,5 fürs Gebäude, 8,5 für die Bewegung. Und ich komme zu uns, steht die Schuss, den Gein, der Vater, der Schuss, Haller, die Mutter, die Schuss, eine Hondo-Tochter, 5. Mai, geboren, Eckertragant. Für den Typ an 8,5 für das Gebäude an 7,5 für das Vorderfuß, der Vorderfuß ist etwas stärker, vier Winkel hoch auf der Füße und für die Bewegung. Und für die Bewegung an 8,5 für eine Premium-Prakette, Glückwunsch, der Wieland, Zöchterinnen und Ausstellungen, 26.4. Gebäude. Hall, Exquisitus Goals, wiederum der Vater. Hall ist gut. Hall, Exquisitus Goals, wiederum der Vater. Also die 24. Halbpunkte, eingeschätzt, diese Dunkelbrauner, ja, Moldo-Lauf machen, hält hier den Ehrenpreis heute schon zu sein. Also das Abschütz der Gäste mit einem Rund und Strauß für dich. Und für den zweiten Platz gibt es noch einen Ehrenscheiß. Die Lüte ist aufgrund, wir kommen zu den deutschen Sportpferden. Andreas Roth, Unterlandhof beginnt mit der Köln-Lau. Neu, links vorhin vom Kaleo aus einem Azzaro-Sandor-Dialekt-Mutter. Neu am 1. März. Wir haben am Kaleo vorhin hier gesehen, Azzaro-Sandor auf der Mutterseite. Freundlich in der zweiten Generation, Mütter-Lehrer. Er ist sehr, sehr gewachsen, am 1. März geboren, mit viel Musculaturen der Gruppe ausgestattet, aber auch mit einem recht rund gehaltenen Gesicht, die lange Halsspartie dabei, in der Ausstrahlung ein wenig moderner sein könnte. Bewegungsablauf ist ganz so groß, wie die viervergängigte Schützgebäude, Bewegung über vier, sieben. Wir vergeben für den Typ ein 8,5, Gebäude ein 7,5 und die Jungen sieben. Wir haben einen Hintertal, Konsors Kaleo, auf der Vaterseite. Kausa 1, Leckung, Absatz. Ich würde mir die Mutter wünschen, mal das Geburtstag. Bitte anführen. Kausa 1, Leckung, Absatz. Kausa 1, Lecker, posturen. Ich bin der Typ eine 8, eine Beide an den 9,8. Danke. Hallo, Adela. Hallo, Adela. Hallo, Adela. Das ist die Abortrufe an der Niederreibe. Hier morgen ist Karl von Herrn Richtenberg und Sie sind gut hier. ... the cow takes the dog. The dog takes the cat. The dog takes the cat. Hi ho, the dairy-o. The dog takes the cat. ... sich auf dieser Hunde gezeigt hat. ... makes a burned fire in Las Vegas ... ... bring someone around a bunch of Micheln and Hermione Goodbetter. Its a right away from El bumhalmer. Hello, there is a bunch. Huggersdorf, the dog transitions. ... the water from Mr brain is 2 of October. ... to her genetics ... the mother from October 8 of August. ... чит aloneigny ... the dairy-o but the cheese stands alone. Hi ho, the dairy-o but the cheese stands alone. ... hi ho, the dairy-o but the cheese stands alone. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Noch ein Ellbogen und somit die Bewegung noch nicht mehr so losgelassen und insetzen kann. Für den Spielbein 8, Gebäude eines 7,5-Gelätslieben. Danke. Heuer ist ein schließbarer Sohn aus einer Weltkartei, die er von 1.7 Uhr hat. Sie sind aus den Winters, sich kommt aus der 21.6. Noch jeden Antrag, die wir in der Welt. Wieder ein Stück. Ich bin hier auf der Vaterseite, 19. Mai geborene Landstreicher Rados Orcus Tetrakina. Ich bin hier auf der Mutterstreicher Rados mit neuen Autos. Ich bin hier auf der Vaterseite, Rados Orcus Tetrakina. Ich bin hier auf der ganzen Welt. Das war's. 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 Muskulatur, Handelspark gegen Rücken mit guter Gruppe, ausgestattet in der Bewegung, Richtung Wacker unterwegs, für den Typ eine 7,5, zum Externeer 7,5 für die Bewegung, eine 8. Dankeschön. Zu uns kommt Kalleide, auf der Vaterseite, Samstorio 1, Korganis 4, mütterlicherseits Asfano, Herbert Gewitz, bitte, und Aussteller, 25.4. geboren, bitte, anführen. Kalleide, Samstorio 1, Korganis 4, Asfano, forsch, schönes Polen, schönes Besitz mit der Bewegung, nicht reell, einschätzen, kommt, für den Typ eine 8,5, Gebäude eine 7,5, Bewegung, leider heute keine Note. Dankeschön. Und das ist die jüdischen Medien, was genau ist, nicht. Passtum, hallo, Wollermann. Creo, die Katalog Nummer 29, Kallei, der Vater, Rosenprinz, Dars und Kubikli. Mutterlich hat er als 29.4. geboren. Kallei, Rosenprinz, Dars, Kubikli, 29.4. geboren. Recht weit, mit einer Ausstrahlung, kompakt in seiner Erscheinung insgesamt. Und Schluss, das Bier vergeben für den Typ eine 8, für das Gebäude eine 8. Dankeschön. Das ist eine Autisten für die Kostenspröder, Gottfried Walde, Aussteller, 26. Er ist geboren. Diese junge Dame von Colin Ovalenski, über Frau Pläscher, 8. Lieberung, mit der Licherheit gezogen. Danke. Danke. Musik Der moderne Mutterstuhl im Rückhalt, die schöne Aufrichtung noch abgeschritten in der Jörg-Richtung. Bei Fuß vom Hornet, über Lenski gezogen, geboren am 12.6., sehr jung, noch nicht ganz so gefestigt im Bewegungsablauf. Eine recht aufrecht gesprungene Galopage, es gab noch etwas kurz gehalten, aber sehr schön schubiert, große angelegte Halsformationen mit weiblichem Ausdruck versehen. Für den Tüten ein 9, Gebäude eine 8, Bewegung eine 7,5, Dremel von Glückwunsch an der Liedehofer, der Montel beliebt ist Caro Marvoli-Rutta, Freikon der Achtschäger, Rückschütter und Ausdruck. Die Sportpistolen, was die Musik jetzt heißt, sehr schön großlinig angelegt ist, mit einer Halspartie vielleicht nicht. Die aller, den allerletzlichen Scham für den Tüten ein 8,5, für das Gebäude eine 8, für die Bewegung eine 8,5, sondern Prämie für den Nachteil aufgrund des späten Geburtsdatums hat sie die Kornet-Urlenski-Tochter, über Frau Pescher, der Liedeho, mütterlicherseits gezogen, 24,5 Punkte insgesamt. Platz 2 auf diesem Rang, der Herzliche Glückwunsch geht an Thorsten Schöne nach Platz 2. Wir erwarten die jungen Damen, die Dressur betrachtet, wenn die Dressur betrachtet, getrachtet, denn sie hat eine Wolken-Tanz-Jura, sechs Mütter, Trostens-Römer und Lobes-Torps-Mitts-Stöller. Die Dressur betrachtet, wenn die Dressur betrachtet, wenn die Dressur betrachtet, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020